Ein aktuelles Video von Sandra Sikora, 32, und Tobias Pietrek lässt die Gerüchteküche mächtig brodeln. In einem Instagram-Clip bereiten die Influencer gemeinsam Apfelringe zu, kichern dabei freudig und wirken überglücklich. Viele Nutzer des Online-Portals sind sich daraufhin sicher, ihr seid voll süß zusammen. Das würde passen, aber nicht jeder glaubt an eine auflodernde Liebe zwischen den Reality-Stars. Eine Userin kommentiert beispielsweise, kann man nicht einfach befreundet sein, ohne dass manche denken, man wäre ein Paar? Zwar äußerte sich Sandra bisher nicht dazu, was genau zwischen ihr und Tobi läuft, aber auch ein früherer Social-Media-Beitrag hatte bei ihren Fans bereits für Aufsehen gesorgt. Die Influencerin teilte damals ein paar Schnappschüsse des Fame-Fighting-Kampfes von Tobi und eröffnete ihm, wie stolz sie auf seine Leistung sei. In der Kommentarspalte ihres Posts häuften sich daraufhin zahlreiche entzückte Worte ihrer Bewunderer, die meinten, Sandra und Tobi passen gut zusammen. Ob die Reality-Queens-Kandidatin das genauso sieht? Zumindest ein Kommentar, das Traumpaar lautete, kommentierte sie mit einem verdächtigen roten Herz-Emoji. Zuletzt wurde Sandra noch eine Romanze mit einem anderen nachgesagt. Ein aufmerksamer Promi-Flash-Leser erwischte die Medienpersönlichkeit beim Turteln mit einem Mann am Ballermann. Bei ihm soll es sich laut dem Insider um den Temptation Island-Verführer Ben gehandelt haben, mit dem Sandra angeblich mächtig herumknutschte. Wie es jedoch tatsächlich um den Beziehungsstatus der 32-Jährigen steht, bleibt unklar. Wie es jedoch tatsächlich um den Beziehungsstatus der 3-Jährigen steht, bleibt unklar. Wie es jedoch tatsächlich um den Beziehungsstatus der 3-Jährigen steht, bleibt unklar. Für die Banke volontärin steht vor der Beziehungsstatus der 3-Jährigen steht, bleibt unklar. Vielen Dank.